Immer wieder werde ich gefragt, wie kann man eigentlich negative Gedanken loswerden? Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel das Telefon nehmen. Ja, hallo. Ja, ich wollte mich mal melden bei dir. Du, mir geht es gerade gar nicht so gut. Und ich weiß nicht, ich habe da so Gedanken im Kopf und die kriege ich irgendwie einfach nicht mehr los. Ja, ich melde mich wieder. Oder man kann vielleicht versuchen, seine negativen Gedanken aufzuschreiben. Und dann kann man das, was man geschrieben hat, weglegen. Das Leben ist nicht schön. Oder du versuchst es vielleicht hiermit. Ja, ich bin froh. 深圳